Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringe ich dich an Bord. Und damit willkommen zu einem neuen Video aus dem Hafen von Kiel. Denn hinter mir liegt gerade die Vasco da Gamma, die jetzt für Nico Cruises unterwegs ist. Gerade vor wenigen Stunden hat sie das erste Mal unter der Flagge von Nico Cruises einen deutschen Hafen erreicht. Morgen beginnt die Jungfernfahrt in die Ostsee und ich darf heute schon vor ein paar Stunden an Bord kommen, um gemeinsam mit den ersten Vertretern von Nico Cruises das Schiff unter die Lupe zu nehmen. Denn das Schiff war in der Werft. Es wurde einiges getan. Ich bin gespannt, wie das Schiff jetzt aussieht. Denn ich war vor zwei Jahren schon mal an Bord, als das Schiff noch für Transozean fuhr. Und ja, damals schon moderne Innenbereiche gewesen. Und was mir besonders gut gefallen hat, waren eben auch das klassische Kreuzfahrtfeeling, was noch an Bord aufkommt. Echtes Teakholz auf dem Pooldeck, viele Außenbereiche, der Bezug zum Meer ist da. Also durchaus ein spannendes Schiff, das seit 1993 unterwegs ist, 219 Meter lang ist und damit schon eine besondere Geschichte hinter sich hat. Ist schon für verschiedene Reedereien im Einsatz gewesen und nun eben für Nico Cruises. Erstmal mit Touren in die Ostsee jetzt im Sommer und im Herbst und Winter geht es dann runter auf die Kanaren. Von dort aus auch Touren auf die Kap Verden. Also ein spannender Fahrplan, der dort auf die Gäste wartet. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal an Bord und schauen uns erstmal um, was sich an Bord getan hat. Hier mal ein Blick in die Schaulounge an Bord der Vasco da Gamma. Platz für 550 Personen. Jetzt in Corona-Zeiten etwas reduziert und hier hat man dann abends die Möglichkeit, die Shows zu genießen, Getränke zu genießen und eben mit dem guten Blick auf die Bühne von zwei Decks sogar. Zusätzlich zu der Schaulounge am Bug des Schiffes gibt es dann hier noch ein Auditorium, wo dann auch Filme gezeigt werden. Auch hier dann nochmal zusätzliche Sitzplätze verfügbar. Werfen wir mal einen Blick in die Ocean Bar hier an Bord und hier wird dann sichtbar, wie schön die öffentlichen Innenbereiche sind. Schick und modern gestaltet, mit interessanten Möbeln abwechslungsreich, kleine Dekorationsgegenstände und hier zum Beispiel auch so gemütliche Liegen, wo man einfach mal sitzen kann und dann hier auch die Getränke der Bar genießen kann. Also das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus, wie ich finde. Ja, toller Platz auf jeden Fall. Neu ist die Sportsbar an Bord. Hier war vorher ein Casino, aber man hat eben festgestellt, Casino läuft eben mit deutschen Gästen nicht so gut. Dementsprechend hat man es umgestaltet zu einer Sportsbar. Außerhalb der Corona-Zeiten sollen dann hier auch Spiele ausliegen, die man dann hier nehmen kann. Ansonsten natürlich Sportübertragung kann man hier anschauen. Und ja, sehr großzügig, viel Platz, muss man wirklich sagen. Und hier kann man dann eben auch nach draußen schauen, wenn man nicht an Sport interessiert ist oder eben auf die Monitore. Schön finde ich das Waterfront Fusion Restaurant. Das ist hier die japanisch angehauchte Küche, die es hier gibt. Und vom Design her richtig schick finde ich. Mit diesem blauen Licht und modernen Ambiente ausgetauscht hat man die Stühle. Ansonsten aber relativ ähnlich. Ja, macht auf jeden Fall guten Eindruck. Zusätzlich gibt es dann auch das Waterfront Mediterranean und das klassische Waterfront Restaurant. Also man hat drei Hauptrestaurants, die im Preis enthalten sind, wo man eben die Bedienung am Platz genießt und hier ein tolles Ambiente hat. Ein paar Meter weiter nebenan und schon sind wir im Waterfront Mediterranean. Ja, und hier eben ein ganz anderes Design. Deutlich heller mit mediterraner Kunst. Und neu wurde hier auch der Boden gemacht. Das sieht man auf jeden Fall eine deutliche Besserung im Vergleich zu vorher. Werfen wir hier mal einen Blick auf den Pool am Heck. Das ist ganz schön, denn von hier aus hat man dann einen Blick auf die Heckwelle, wenn man fährt. Jetzt hier im Hafen natürlich gerade nicht. Aber auf See habe ich das Ganze schon als sehr schön empfunden. Besser geworden ist auf jeden Fall, dass es jetzt neue Ligen mit neuen Auflagen gibt. Die machen einen guten Eindruck, sind jetzt eben noch ganz ganz neu und heute erst aufgelegt worden. Und ja, der Pool ist auch ordentlich groß, finde ich. Kann man nicht anders sagen. Das Ganze ist jetzt hier hinten mit dem Clubistro-Bereich verknüpft, sodass man hier draußen essen kann vom Buffet. Ja, Buffet war hier vorher schon so, dass es auch so gewesen ist, dass eben die Speisen auf den Teller gelegt worden sind. Also damals habe ich immer schon gesagt, das hygienische Buffet gerade jetzt in diesen Zeiten natürlich noch wichtiger. Auch hier auf dem Lido-Deck wurden die Sonnenliegen und die Sitzgelegenheiten erneuert. Wenn ich zum Beispiel da vorne hinschaue, dann sind das Möbel, die kennt man sonst vielleicht von Suite-Decks von anderen Schiffen, also wirklich aus hochwertigen Bereichen. Und auch hier gibt es wieder einen Pool, relativ groß. Das Schöne ist auch, dass man das Dach zumachen kann, wenn das Wetter mal nicht so gut ist und bei gutem Wetter eben unter der Sonne liegen kann. Also wirklich ein toller Bereich. Aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt auch zwei Jahre nicht mehr gesehen und der Kunde das ja gerade im Rahmen dieser Führung gemeinsam mit euch. Also spannend hier zu sehen, was sich geändert hat. Ein Blick in die Pentor-Suite. Knapp 100 Quadratmeter haben wir hier und wirklich beeindruckend groß, was es hier alles gibt. Wir haben hier einen Schlafbereich. Auf der anderen Seite dann noch ein Sofa, quasi das Wohnzimmer hier in der Kabine. Ein großes Bad mit Whirlpool-Wanne, alles mit dabei. Ja, und hier eben dann noch den Tisch, wo man sogar Gäste empfangen kann, würde ich mal sagen. Und hier dann noch der Blick auf den Balkon. Zwei bequeme Liegestühle und ein Tisch. Das Ganze auch alles neu gemacht. Für die meisten sicherlich am interessantesten der Blick in eine klassische Balkon-Kabine. Fangen wir mal einmal mit dem Bad an. Hier ist eine Duschwanne und gegenüber dann das Waschbecken durchaus geräumig. Und wenn wir dann weiter schauen, in den Wohnbereich haben wir hier das Bett. Das Doppelbett mit dem Spiegel dahinter. Einen neuen Flachbildfernseher. Der wurde neu eingerichtet. Und ansonsten von der Größe her so groß, dass auch noch ein Sofa hineinpasst. Da hinten, das sieht mir fast nach Minibar aus. Wenn wir mal reinschauen. Ja, da ist ein Kühlschrank dahinter. Und auf der anderen Seite dann noch ein Schreibtisch. Und genügend Platz noch für einen großen Balkon. Klar, vom Design jetzt nicht mehr ganz das neueste. Aber das Schiff ist eben auch nicht mehr aus dem von heute sozusagen. Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick in der Dome. Das ist hier sozusagen die Observation Lounge an Bord. Und hier hat man dann einen tollen Blick von ganz oben seitlich und in Fahrtrichtung. Zusätzlich kann man dann in Fahrtrichtung auch immer noch draußen auf den Bugbereich mit dem echten Teakholz. Im Rahmen dieser kleinen Besichtigung kommen wir da jetzt gerade leider nicht hin. Aber ansonsten wirklich toll, dort auch noch mal vorbeizuschauen. Neben den ganzen Eindrücken, die wir gesehen haben, gibt es eben auch ein Kinderland an Bord von Vasco da Gamma. Ein Neuland sozusagen für Nyko-Krosis. Aber toll, dass es eben auch umgesetzt wird. Und auch Dialyse-Patienten haben die Möglichkeit, hier an Bord behandelt zu werden. Dafür gibt es eine spezielle Kabine, wo die Behandlung dann auch stattfinden kann. Ansonsten muss ich sagen, es hat sich wirklich viel getan im Vergleich zu vor zwei Jahren. Kann man nicht anders sagen. Ich bin positiv überrascht. Natürlich, es ist eben kein Neubau. Ganz klar, darüber muss man sich bewusst sein. Das Schiff ist eben von 1993. Es wurde viel gemacht, ganz klar. Und ich finde, es ist einfach ein schöner Oceanliner mit klassischem Kreuzfahrtambiente. Und das eben in Form des Schiffes, aber auch in Form der Reiseart. Denn es gibt verlängerte Landaufenthalte. Es ist so, dass das Schiff zum Beispiel auf zwei Tagen Städten wie Kopenhagen liegt. Von morgens bis abends. Der Geschäftsführer hat eben gesagt, wenn andere Schiffe losfahren, sind wir noch da. Also eben ein etwas anderes Konzept. Es geht mehr um die Destination, mehr um das Kreuzfahrterlebnis als solches. Um eben vielleicht große Entertainment-Programme an Bord oder aufregende Malls etc. Ihr wisst, was andere Schiffe bieten. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Vasco da Gamma gefallen hat, schaut gerne mal unter meinschiffberater.com vorbei, denn dort könnt ihr eure nächste Traumreise buchen und mich damit unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bald wieder hier auf kreuzfahrturlauber.de. Bis bald, euer Fabian.